So, hallo und herzlich willkommen Leute, ich hoffe ihr hört meinen quietsch in den Stuhl im Hintergrund und wir sind heute mal wieder bei einem kleinen Commentary. Ähm, ich will ein bisschen über Call of Duty im Großen und Ganzen reden und auch ein bisschen über meine Pläne zu Advanced Warfare, falls ihr schon davon gehört habt. Das neue Call of Duty heißt Advanced Warfare, so zur Info, ne? Ähm, ich werde mir vermutlich Advanced Warfare holen und ich werde es wahrscheinlich auch hier spielen für euch und natürlich auch für mich. Und, ja, auf jeden Fall, ich denke mir so bei Call of Duty ist das so insgesamt bei vielen Spielen. Ähm, es fängt an, also es kommt raus, alle Leute spielen es, jeder will es haben. Und es geht dann so in den ersten Monat zu und im zweiten vielleicht auch noch und dann so ab dem zweiten kommen schon die ersten richtig guten Spieler dabei raus, weißt du, dann merkt man die schon so. Und dann, umso länger ein Spiel da ist, umso ätzender wird es eigentlich, also so anfangs, ne? Und, ich meine, dann werden die, die Leute finden immer mehr Tricks raus, sie merken immer mehr, wie man das Spiel irgendwie ausnutzen kann, was man ausnutzen kann, dass man, wie man am besten tryhardet und so richtig unfair spielt und so. So, und die Leute werden es weitermachen, weil die kriegen damit Kills und werden damit belohnt, weißt du, das macht die Happy, keine Ahnung, irgendwie sowas halt. Und, ich weiß nicht, ich finde es nicht unbedingt gut, ich finde es eigentlich, am Anfang ist ein Spiel am besten, also es ist so eine Kurve, die geht hoch, man geht so wieder runter, also Spielspaß geht hoch, bis er seine Spitze erreicht und dann geht er nur noch runter, 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 bis dann Tiefpunkt erreicht, wo man denkt, boah, dieses Scheißspiel, ey, ich schmeiß es aus dem Fenster, ich hab keinen Bock mehr auf den Scheiß. Und dann, dann so langsam, irgendwann setzt man sich wieder dran und so, hey, das Spiel, es ist so wundervoll, oh mein Gott, warum hab ich es nicht mehr gespielt, ey? Und, weißt du, dann, ja, dann findet man es wieder übelst geil und dann kommen wieder diese Spastis hier voll auf den Sack gehen. Und, ja, deswegen hab ich mir gedacht, ich warte, vielleicht, also eigentlich hab ich mir gedacht, ich warte, ähm, bis ich mir Spiele hole, falls es total schlecht wird oder so, aber ganz im Ernst, wenn ich am meisten Fun haben will, sollte ich es mir gleich holen, oder? Ich mein, ich hab ja in letzter Zeit wieder drüber geredet, dass ich Call of Duty mal wieder gespielt hab und so, und dass es eigentlich übelst Fun gemacht hat, aber, ich weiß nicht, ich hab's dann doch jetzt nochmal wieder gespielt und, es ist übelst ärzt, die Gegner spielen alle nur noch so for, also, for the win, ich mein, das macht gar keinen Sinn mehr, kaum jemand spielt das Spiel mehr und die, die es eigentlich spielen, weil denken sich, ja, geil, ich will in meinem Leben chillen, spielen, busy. Und dann kommen diese Typen, die unbedingt beweisen sollen, dass sie doch die dicksten Eier haben und die allerbesten sind und dann übelst abspasten, weißt du, das nervt halt schon ziemlich krass, wenn man dann in aller Ruhe spielen will und, ja, ich weiß nicht, das nervt einfach und das ist halt das Problem, ich mein, ich hab vorhin mit Dr. Chris und Dr. Kartoffel gespielt und, also Dr. Kartoffel war hier und dann hab ich mit, also immer abwechselnd gespielt und dann Dr. Chris und ich haben halt einmal eine Runde auf, bei Black Ops 2 auf, wie hieß die Map, ähm, ich weiß nicht, dieses komische Schiff da, also auf diesem kleinen, auf dieser Yacht da, diese Scheiß-Map, ich mag ich nicht, die so klein. Und auf jeden Fall, das gegnerische Team war nur mit Scharfschützen, also okay, das heißt nur, ähm, vier davon waren Scharfschützen, der andere hatte eine Schrotflinte und der andere hatte eine, ähm, keine Ahnung, FN Fall oder so, auf jeden Fall. Es war richtig ätzend, die haben richtig schlimm gespielt, es war wohl ein Clan und dann haben wir versucht, gegen die anzustinken, weißt du, Dr. Chris noch ausgerastet und, ja, ich hab halt gedacht, okay, hm, wie kann ich die am besten bekämpfen, aber alles mögliche ausprobiert, mit dem ganzen Waffen-Set's mal durchprobiert, dann hab ich mal ein Waffen-Set genommen mit einem Einsatzschild, Tomahawk und zwei Akimbo-Pistolen und hab ich die richtig getry-hardet und ich glaub, die haben sich bestimmt dann auch voll über mich aufgeregt, weil ich hier dann ziemlich krass geklatscht hab, aber, was doof ist bei dem Einsatzschild bei Black Ops 2 ist einfach, du, auf deinem Bildschirm hast du das Schild vor dir, du bist, auf deinem Bildschirm sieht's aus, als wärst du perfekt geschützt von vorne und auf gegnerischen Bildschirm hältst du das irgendwie so seitlich, weißt du, das ist total dumm, ist das, das ist so scheiße gemacht in Black Ops 2 und dann schießen die dich einfach durch das Schild von, bei dir sieht's aus, als würden die gerade durch das Schild schießen, aber in Wirklichkeit hältst du das Schild einfach total dumm. Und da kannst du es auch nicht ändern und, ja auf jeden Fall, worauf ich hinaus will, ist einfach, ja es ist schon, man darf einfach es nicht so ernst nehmen, das Spiel an sich und, ja, nicht so übertrieben versuchen, da irgendwas zu robben und, ja auf jeden Fall sind das so meine Pläne zu Advanced Warfare, ich hol's wahrscheinlich für den PC, der Dr. Chris müsste bis dahin auch einen PC haben und der Dr. Kartoffel auch und dann werden wir wahrscheinlich, ich werde immer wieder mit denen irgendwas machen, weil das sind eigentlich so meine Zock, ja, so Kumpanen, ja, so immer ganz so meinen besten Freunden und, ja, das ist einfach, ja, ist aber geil, es ist immer viel mehr Fun mit Freunden zu spielen als alleine, weil ich meine, ich merke es am PC, seitdem ich auf dem PC bin, spiele ich eigentlich alleine, weil ich könnte es ja mit Netic spielen, dem Bruder von Neteras, aber, ja, der hat nie so lange Zeit zum Zocken und irgendwie klappt das auch nie so und, ja, das ist echt ätzend, die ganze Zeit alleine zu spielen, das macht eigentlich nicht so viel Spaß, muss ich sagen und, ah ja, es ist halt einfach, ja, es ist ein bisschen öde, alleine zu spielen die ganze Zeit, es macht einfach keinen Fun und, ja, ich weiß nicht, mir fällt jetzt nicht mehr viel ein, ich würde jetzt nur noch zu Thema zu Thema schwingen, also sagen wir mal, ich lasse das Video hier kurz und knackig und bis dann, Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, kommentiert doch, wenn ihr mir irgendwas sagen wollt und wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, dann könnt ihr das jetzt tun, würde mich freuen und, ja, haut rein, Leute, bis demnächst, tschüss.